Eins ist gerade rumgekriegt. Ja, und eins wurde gerade getragen. Zwei. Drei. Da hätte ich noch eins. Papa Johnny, Mama Johnny ist noch eins. Es sind drei Stück. Ah, doch nicht nur eins. Das stimmt. Das heißt, sie hat auch nicht mal das gleiche rumgekriegt. Zwei Stück. Zwei. Zwei. Das ist drei Dägen. Das ist so süß. Das ist so süß. Ich habe doch gedacht, es kann noch nicht mal eins gewesen sein. Das ist doch ein Dägen. Sie hat doch gedacht, Haben Sie gesehen, dass sie Babys haben? Drei Stück. Das eine hat aber wirklich gerade auch erst die Augen aufgemacht. Das geht noch gar nicht ganz auf. Nee, aber das ist, die werden ja nicht so rumgetragen. Die sind schon. Das heißt, dass er immer irgendein anderes hingeschleppt hat, ne? Oh, da hat eins gegähnt. Ja, das klappt schon ganz gut. Ja, das klappt schon ganz gut. Ja, das macht jetzt nicht richtig toll. Das müssen wir auch heute Abend richtig halten. Das muss man auch heute Abend richtig halten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Da hinten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Die Jugendlichen haben sich immer etwas Arbeiten gemacht. Hm, das ist aber gar nichts. Die Jugendlichen ist ein Schuss, der ihr hier eine. Die Jugendlichen sehen uns pensar, die sich der Schuss für die Schulter und die Kinder. Die Jugendlichen haben die Menschen die Schuss für ihre Karne und die Schuss für ihre Karne. Die Jugendlichen sind die Schuss für ihre Karne und die Schuss für ihre Karne. An der Anfang der Freilau sind kann ich nicht so gut. Das ist maximal zwei Wochen lang. Zwischen den haben wir wieder so ein kleines Köpfchen hoch. Jetzt sieht man immer irgendwo irgendwas rudern. Wo die Gruppe ist, das ist die Gruppe. Wo? Oben sagst du mal eins, zwei. Zwei? 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 Oh, wie war's! Schau, wir haben ganz gut aus. Aus Leben. Aus Leben. Untertitelung des ZDF, 2020